Ich hätte ihn verlassen, wenn er einer anderen Person körperlich Gewalt in irgendeiner Form angebracht hätte. Dann wurden erstmal Handschellen angelegt und dann hat man mir den Haftbefehl in die Hand gedrückt. Es ist ein Wirtschaftsdelikt. Und nicht nur ein Wirtschaftsdelikt, sondern es ist ein politisches Wirtschaftsdelikt. Es geht um sehr viel Geld, um Prinzipien und um ein großes Geheimnis. Man kann nicht als Land akzeptieren, dass jemand auffordert, Geschäftsgeheimnisse zu stehlen. Das Vorgehen Schweizer Banken hat immer die deutsche Souveränität verletzt, indem deutsche Steuerzahler eingeladen wurden, den Fiskus auf Deutsch gesagt zu betrügen. Für das deutsche Ehepaar Lutz Otte und Anita Thomas waren die letzten drei Jahre ein Albtraum. Der IT-Spezialist hat viel riskiert und viel verloren. Eine verrückte Geschichte, die beide zum ersten Mal öffentlich erzählen. Heute wissen sie, Verrat ist eine Frage des Zeitpunkts und des Standorts. Naja, in Deutschland ist es nicht strafbar, wenn sie dem Finanzamt dabei helfen, von den Bürgern Geld zu bekommen. Und insofern ist das, was ich in der Schweiz als strafbare Handlung dort begangen habe, in Deutschland keineswegs eine strafbare Handlung. Ich bin Gott sei Dank ein Mensch, der aus Wutkraft schöpft. Und ich weiß nicht, was in meinen Träumen nachts vorgegangen ist, aber da ist Fürchterliches vorgegangen. Und morgens hatte ich die Kraft zu sagen, mein Lieber, Lutz, für dich kämpfe ich, für uns kämpfe ich. Das kann nicht wahr sein, was uns hier jetzt widerfährt. In dieser Stadt geht es ums große Geld. Zürich ist die Hauptstadt der Schweizer Banken. Sie verwalten hunderte von Milliarden Franken allein von Privatpersonen. Viel Schwarzgeld ist darunter. Hier war Lutz Otte als IT-Spezialist tätig. Ein kleines Rad in einem großen Getriebe. Zuletzt beim Bankhaus Julius Bär. Wenn man jetzt das Gebäude im Hintergrund sieht, Großraumbüro, sitzen etwa 80 Leute. Ich habe eine Schnittstellensoftware betreut, die praktisch externe Systeme aus dem Großrechner mit Daten beliefert. Da wird gebucht, da kommt Geld rein, geht Geld raus. Die Wiesengeschäfte, Wertpapiergeschäfte werden dort verbucht. Die Informationen aus diesen Daten werden dann zusammengestellt. Die waren in diesem Fall überhaupt nicht gesichert. Zugänglich waren die Daten praktisch jedem IT-Mitarbeiter der Bank. Julius Bär hatte schon einmal ein Datenleck. Trotzdem ging die Bank leichtfertig mit sensiblen Kundendaten um. Sie vertraute der Loyalität der Mitarbeiter. Ein Fehler. Man ist als externer Mitarbeiter nicht wirklich in irgendeinem Treuezustand. Das ist ein Auftraggeber wie alle anderen. Und man ist ja nicht angestellt bei der Firma, sondern ist da praktisch ein Dienstleister. Im Grunde nichts anderes wie ein Hausmeister oder ein Elektriker, der irgendwas reparieren kommt. Insofern gibt es da nicht ein inneres Verhältnis zu dem Unternehmen. Das macht die Sache natürlich einfacher am Schluss. Die ersten Jahre sind unbeschwert. Lutz Otte fühlt sich wohl in der Schweiz. Er verdient ordentlich. Es bleibt Zeit für sein Hobby, das Golfspiel. Er organisiert Turniere für Freunde, auch in Nachbarländern. Doch je länger Lutz Otte in der Schweiz arbeitet, desto tiefer blickt er hinter die Kulissen des Geschäftsmodells des Alpenlandes. Er beginnt zu verstehen, warum ausgerechnet die Schweiz so beliebt ist unter den Reichen der Welt. In der Schweiz ist Hilfe bei der Steuervermeidung über Jahrzehnte eine besondere Serviceleistung der Banken. Wer mit Koffern voller Schwarzgeld in eine Schweizer Bank ging, konnte sicher sein, dass ausländischen Steuerbehörden der Zugriff auf das Vermögen verwehrt blieben. Das streng gehütete Bankgeheimnis schützte Geld, auch aus illegalen Quellen. Im Gegenzug für den Schutz zahlten die Banken nur mickrige Zinsen und nahmen hohe Gebühren. Ein hoch profitables Geschäft. Das ist das Geschäftsmodell der Schweizer Banken, diesen Steuerbetrug zu unterstützen. Und nicht nur den deutschen Steuerbetrug, sondern grundsätzlich in allen EU-Ländern, den USA oder wo auch immer, jemand illegales Geld in irgendeiner Form unterzubringen hat. Die Schweiz, ein gigantischer Tresor und Standort von unzähligen Geldwaschmaschinen. Geschäfte werden hier diskret abgewickelt. Über ausländische Anlagen, ob legal oder illegal, redet man hier nicht. Schon gar nicht mit dem deutschen Fernsehen. Eine Ausnahme, im Berner Finanzministerium ist ein Mann autorisiert, über Schwarzgeld in der Schweiz zu sprechen. Die Haltung der Schweiz war immer die, es wurden keine Schweizer Gesetze verletzt. Man hat Geld entgegengenommen, man hat aber nicht gefragt, woher das Geld kommt, ist es versteuert oder nicht, weil man sich gesagt hat, eure Steuersituation interessiert uns nicht. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Für den Bankenkritiker Jean Siegler ist sein Land einen Pakt mit Kriminellen eingegangen, ein Handlanger von Verbrechern. Die Schweiz ist eine Räuberhöhle, eine Räuberhöhle. Der Rohstoff ist das fremde Geld, und zwar dreifach. Das Steuerbetrugsgeld aus den umliegenden Demokratien, insbesondere aus Deutschland, die Plünderung des deutschen FISBUS, das ist eine ganz große Einnahmequelle. Dann die Mafia-Gelder, das Waschen der kriminellen Gelder. Und dann, was mich am meisten empört, das Blutgeld aus der dritten Welt, weil die Diktatoren, die Herrschaftsschicht, die Korrupten aus Zentralafrika, Südasien und so weiter, ihr Geld auf ihren Privatkonten parkieren. Für die UBS und Julius Bär ist es ein völlig normales Geschäft. Ich würde sogar sagen, für Julius Bär ist es existenziell. Lutz Otte sieht und hört eine Menge und beginnt irgendwann zu sprechen. Zunächst harmlos auf dem Golfplatz. Dort lernt der IT-Spezialist einen Mann aus Berlin kennen, der sich mit Steuerbetrug gut auskennt. Ich habe vor einigen Jahren auf dem Golfplatz einen Steuerfahnder kennengelernt. Und daraus hat sich letztlich diese Geschichte entwickelt. Der Steuerfahnder ist im Ruhestand und möchte diesen anonym genießen. Der Fahnder-ID ahnt schnell, Lutz Otte kann sehr wertvoll werden für ihn. Es ging natürlich darum, an Kundendaten heranzukommen, die für die deutsche Steuerfahndung interessant sind. Logischerweise hat er wohl gedacht, ich käme an solche Informationen heran. Und konkret wurde die Sache dann eigentlich in dem Moment, als ich bei Julius Bär tätig war und dort eben völlig überraschend eigentlich Zugang zu Kundendaten hatte. Geht schon! Daraus hat sich im Gespräch dann halt entwickelt, dass das möglicherweise für beide Seiten interessant sein könnte. Einerseits die Daten zu bekommen für den Fiskus und natürlich auch für mich ein lukratives Ergebnis daraus zu machen. Ich wollte eigentlich das Ganze möglichst anonym abwickeln. Also aus meiner Sicht anonym abwickeln. Und dazu brauchte ich einen Vermittler. Wir treffen den pensionierten Steuerfahnder an einem Hotel in Berlin. Nur nach der Zusicherung, ihn unkenntlich zu machen, ist er bereit, über den Fall Otte zu sprechen. Er hat schon öfter Verräter benutzt, um Steuerbetrüger zur Strecke zu bringen. Wir haben keine Möglichkeit, im Ausland zu ermitteln. Und in solchen Ländern wie Schweiz, Luxemburg oder Lichtenstein schon ganz und gar nicht. Also ohne Mithilfe von solchen Informanten wäre das von Beginn an kaum möglich gewesen. Da muss man natürlich jetzt schon mal sich überlegen, was ist jetzt in dem Fall wichtiger? Die Ethik? Oder ist das nicht für den Staat eben auch wichtig? Auch aus erzieherischen Gründen, den Leuten mal zu sagen, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Wir kommen schon ran. Die Geheimnisse von Kriminellen aus der ganzen Welt stecken in den Großrechnern von Schweizer Banken. Und nur wenige Insider haben Zugang zu den Daten. So wie Lutz Otte. Als IT-Mitarbeiter hat er Zugriff auf allein 20.000 deutsche Konten mit einem Gesamtvolumen von 2,4 Milliarden Euro. Die Daten befinden sich in den Datenbanken des Unternehmens und sind natürlich dort an verschiedenen Stellen gespeichert. Die kann man dann mithilfe von Datenbankfunktionen zusammensuchen. Und dann erhält man eine Art Liste, zunächst mal in elektronischer Form, die dann zusammengeführt diese Informationen wie Kundenname, Vorname, Adresse, Kontonummer, Kontostand, Eröffnung des Kontos beinhaltet. Informationen, die besonders die Steuerfahndung Nordrhein-Westfalen interessieren. Ich habe dann einen Auszug dieser Daten, zunächst mal nur 20 Stück, an den Steuerfahnder geliefert, um eine Verifizierung zu bekommen. Ich habe mich dann in Münster entsprechend vorgestellt. Ehemaliger Steuerfahnder. Und die haben natürlich, nachdem ich sagte, bei welcher Steuerfahndungsstelle ich war, bei dem Leiter der Fahndungsstelle nachgefragt, was ich für einer bin, ob das alles okay wäre mit mir, um zu wissen, ob die ganze Angelegenheit seriös ist. Und das Feedback war dann eigentlich, dass man, ja, das wären relevante Konten, einige würde man auch schon kennen. Der, der also nachvollziehbar, Kontonummernahme wäre schlüssig. Allerdings würde man sich halt nicht für Konten unter 100.000 Euro interessieren, weil die machen einfach zu viel Arbeit, ohne groß Ertrag zu erbringen. Die Steuerfahndung in Münster. Hier laufen die heiklen Informationen zusammen. Knapp 70 Beamte kümmern sich um Steuerbetrüger. Die Steuerfahnder profitieren dabei auch von Verrätern. Wir leben ja eigentlich auch so ein bisschen vom Anschmieren. Das ist nun mal bei dieser Art von Beruf normal. Wir leben ja nicht nur von den Betriebsprüfungen oder den Veranlagungsplätzen, sondern von Anzeigen von ehemaligen Mitarbeitern, die schlecht behandelt wurden, von verlassenen Ehefrauen, von verlassenen Geliebten. Das ist eine ganze Menge. Also man sollte das nicht unterschätzen. Fast die Hälfte dieser Fälle resultiert aus solchen Anschmierereien. Otte sitzt wie die Spinne im Netz. Und heimlich arbeitet er jetzt gegen die Bank. Also den zusammengestellten Datentopf, den ich dann hatte, den habe ich in kleine Dateien zerlegt und habe die als Bilddateien definiert und habe dann im Prinzip, so wie man ein Foto mit einer E-Mail verschickt, diese Datentöpfe einzeln an meine E-Mail-Adresse geschickt. Das ist niemandem aufgefallen, weil das System von Julius Beer eigentlich nur E-Mails ab einem bestimmten Volumen überprüft hat. Und auch diese Daten, die im E-Mail-Verkehr dort verschickt werden, nicht großartig überprüft, wenn dort nicht explizite Auffälligkeiten sind. Informanten wie Lutz Otte. Der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen kauft gerne die von ihnen angebotenen Kundendaten. Doch die Sache ist heikel. Darf ein Rechtsstaat die Dienste von Dieben wie Lutz Otte nutzen? Minister werden dadurch zu Hehlern. Die Menschen haben sich entschlossen, aus den unterschiedlichsten Motiven einen wirklich geschlossenen Ring von Straftaten zu Lasten der deutschen Volkswirtschaft, des deutschen Steuerzahlers zu knacken. Das empfinde ich natürlich überhaupt nicht als eine Straftat, sondern es geht hier wirklich um eine Notwehr. Notwehr. Jedenfalls haben einige Politiker ihre Zweifel beiseite geschoben. 2006 kauft Bundesfinanzminister Peer Steinbrück als erster eine Steuer-CD mit Kundendaten aus der Schweiz. Ich bin damals bei dem ersten Fall sehr schnell dafür gewesen, nach Beratung in meinem Ministerium, und war auch aktiv beteiligt, indem ich einen Teil über die Bundeskasse dafür gezahlt habe. In Deutschland wurde dann von einigen der Vorwürfe erhoben, damit hätte ich Hehlerei betrieben oder Hehlerei unterstützt. Dieses nicht ganz von der Hand zu weisenden Vorwurf, den habe ich für geringerwertig gehalten als die Tatsache des Steuerbetruges. Und habe deshalb Maßnahmen zur Bekämpfung des Steuerbetruges für höherrangig gehalten. Was übrigens später in einer, ich glaube sogar höchsten Rechtsprechung auch bestätigt worden ist. Wie viel Geld entgeht der Staatskasse eigentlich? Das weiß niemand so genau. Es gibt Schätzungen. Jedes Jahr gehen dem deutschen Fiskus bis zu 100 Milliarden Euro durch Steuerbetrug verloren. Wenn alle ehrlich ihre Steuern zahlen würden, könnten die Steuern für jeden Steuerzahler um mehr als 30 Prozent sinken. Und wohin verschwindet das Geld? Milliarden Werte verschwinden in den Tresoren der Schweizer Geldhäuser und sind dem Zugriff der Steuerbehörden entzogen. Es geht auch um Gold, Juwelen und Bargeld. Das Bankgeheimnis schützte die Betrüger jahrzehntelang vor allzu neugierigen Blicken. Wir wissen einfach, dass insgesamt auf Schweizer Bankkonten von ausländischen Kunden, die Privatleute sind, ungefähr 600 Milliarden Franken liegen. Da gibt es aber keine länderweise Statistik. Und das ist natürlich auch nicht unterschieden zwischen versteuert und nicht versteuert. Das ist der Gesamtbetrag. Weiter in die Details können wir nicht gehen, weil wir die Zahlen nicht haben. Die Schweizer Bankiers, die rekrutieren ja die Betrüger. Die gehen nach Köln, nach Berlin, nach Bordeaux, nach Rom und so weiter, nach Madrid und sagen, wir könnten ihnen ihr Geld fruchtbar machen, wir machen den Transport, wir machen die Offshore-Gesellschaft in den Kaimans, in den Panama, um sie zu schützen. Und dann haben wir einen Code der Kommunikation, das ist wie Geheimcode und so weiter. Also die Aktivität der Schweizer Banken ist eine Komplizenaktivität für die Betrüger. Seit über 80 Jahren verteidigt die Schweiz mit dem Bankgeheimnis auch die Souveränität ihres Landes. Die CD-Ankäufe durch deutsche Dienststellen sieht die Schweizer Regierung deshalb als Angriff auf ihre Prinzipien. Die gilt es zu verteidigen. Auch gegen den deutschen Finanzminister, der 2009 schon mal die Kavalerie Richtung Süden in Marsch setzen wollte. Ich hatte den Eindruck, dass für viele Schweizer der Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht ganz richtig begriffen worden ist. Sie glaubten, durch meine zugegebenermaßen provozierenden Bemerkungen würde ich ihre Souveränität berühren. Nein, umgekehrt. Das Vorgehen Schweizer Banken hat immer die deutsche Souveränität verletzt, indem deutsche Steuerzahler eingeladen wurden, den Fiskus, auf Deutsch gesagt, zu betrügen. Das betrifft die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2011 schien sich das Blatt zu wenden. Unter der Führung der Schweizer Finanzministerin Wittmar Schlumpf verhandelt die Berner Regierung mit Finanzminister Schäuble um die Zukunft des Schweizer Bankgeheimnisses. Die beiden sind damals kurz vor dem Ziel. In Berlin wird das Deutsch-Schweizer Steuerabkommen unterzeichnet. Deutsche Steuerflüchtlinge in der Schweiz sollen rückwirkend zwischen 19 und 34 Prozent an den deutschen Fiskuszahlen. Doch die Steuern werden anonym abgeführt. Das Schweizer Bankgeheimnis wird verteidigt. Aber das Abkommen ist damals noch nicht rechtskräftig. Es muss noch vom Bundesrat bestätigt werden. Es ist ein gutes und faires Verhandlungsergebnis. Wir haben einen angemessenen Ausgleich zwischen den Erfordernissen, auch den rechtlichen Möglichkeiten beider Staaten in diesen Verhandlungen erzielt. Auf diese Art und Weise werden eine Vielzahl von Steuerpflichtigen, zwar anonym, aber immerhin ihre Steuerpflichten erfüllen müssen. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig und das dient auch der Steuergerechtigkeit. Der Haken damals, Steuerbetrüger würden mit diesem Abkommen straffrei ausgehen. Und Ottes Daten wäre nichts mehr wert. Ja, es lief zur gleichen Zeit in der Tat diese Verhandlungen über dieses Steuerabkommen. Und das machte die Situation für mich eigentlich auch relativ schwierig. Weil durch diese Verhandlungen, die ja schon sehr weit fortgeschritten waren, und die Schweizer hatten das ja sogar schon ratifiziert, entstand natürlich der Eindruck, dass je länger ich warte mit den Verhandlungen oder je länger das alles dauert, bis man zu einem Abschluss kommt, je schneller ist die Chance, dass es zu gar nichts mehr kommt. Insofern steckte in der ganzen Geschichte sowohl von meiner, wie auch sicherlich von den Seiten der Steuerverhandlungen gewisser Zeitdruck. Ein Wettlauf. Doch die Verhandlungen mit den deutschen Steuerbehörden laufen zähm. Und Julius Baer hat kurz zuvor wegen einer anderen Steuer-CD eine Strafe von 50 Millionen Euro an den deutschen Fiskus gezahlt. Da nun einige Daten schon bekannt sind, drücken die Steuerfahnder den Preis. Ich wollte eigentlich ursprünglich drei Millionen Euro vom deutschen Fiskus haben. Da ist jetzt leider der deutsche Fiskus nicht so großzügig in dieser Frage, wie man das vielleicht erwarten könnte. Insofern wurde dort schon sehr basarmäßig gehandelt hin und her. Die Summe, die am Schluss rauskam, waren dann 1,1 Millionen. Zeitgleich in Berlin. Das Steuerabkommen mit der Schweiz beschäftigt den Bundestag. Immerhin, so hat das Bundesfinanzministerium ausgerechnet, soll das Abkommen bis zu 2 Milliarden Euro in die leeren Kassen spülen. Doch die Opposition lehnt das Abkommen immer noch ab. Schäuble weiß, er muss um jede Stimme kämpfen. Die Schweiz hat ein Bankgeheimnis, das ist integraler Bestandteil der Schweizer Rechtsordnung seit 70 oder mehr Jahren. Wenn dies so ist, dann kann man für die Vergangenheit nicht erreichen, dass die Schweiz rückwirkend das ändert. Das wäre bei uns verfassungswidrig und es ist in der Schweiz auch. Deswegen sollte man die Schweiz deswegen nicht beschimpfen, sondern man sollte sich anschauen, was haben wir als Lösung mit der Schweiz verhandelt. Und deswegen werbe ich für Ihre Zustimmung zu diesem Abkommen. Hören Sie auf, hören Sie auf, aus vordergründigen parteistrategischen Überlegungen, nämlich unbehagend gegen Banken, Steuerhinterziehung und was weiß ich zu schüren. Ich habe doch gar nichts dagegen. Ich sage nur, wenn Sie Steuerhinterziehung bekämpfen wollen, müssen Sie dieses Abkommen in Kraft setzen. Schäuble hat Erfolg. Das Gesetz zum Steuerabkommen wird mit den Stimmen der schwarz-gelben Koalition verabschiedet. Für Lutz Otte wird die Zeit knapp. Da taucht ein neues Problem auf. Für mich war natürlich auch klar, dass ich das Geld in bar haben wollte, was für den deutschen Fiskus einen hohen Schwierigkeitsgrad darstellte. Herr Otte hat sich das offensichtlich so vorgestellt wie bei James Bond, mit Bargeld in Bündeln, nicht nummeriert und druckfrisch. Und fragen Sie mich nicht. Also alles ganz, ganz merkwürdig. Das macht natürlich eine Verwaltung nicht mit. Die haben da ganz eigene Vorschriften. Dazu gehört natürlich das Ministerium, das in jedem Fall auch vorher prüft und abhakt. Und die Landeshauptkasse, die dann das auszahlt. Und zwar auch nicht in bar, sondern dieses Geld dann auf irgendein Konto von irgendjemandem bezahlt. Da es eben das Problem gab, dass ich das Geld in bar haben wollte, wurde das Ganze über das Konto des Steuerfahnders gehandelt. Das heißt, die haben das Geld auf sein Konto überwiesen. Auf meinem Konto ist nie so viel Geld angegangen. Kann man sich vorstellen, dass da natürlich sofort das Problem der Geldwäsche auftaucht. Also die Bank ist sofort gefordert, Eingänge in dieser Höhe sofort wieder dem Landeskriminalamt zu melden. Dann hat sich das Ministerium von Nordrhein-Westfalen mit der Zentrale meiner Bank auseinandergesetzt, damit da alles gut abläuft und nicht irgendwelche Merkwürdigkeiten auftauchen. Das Geld ist auf meinem Konto eingegangen. Dann bin ich zu dieser Bank gefahren, mit einer größeren Tasche, und habe unter Zeugen dann dort das Geld, es wurde gezählt durch einen Automaten, in Bündeln ausgehändigt bekommen. Dann habe ich das in die Tasche gepackt und bin dann schwitzend nach Hause gefahren. Es ist soweit. Lutz Otter und sein Vermittler treffen sich zur Geldübergabe in Berlin. Heimlich. Also es ist so, dass wir uns in einem Hotelzimmer getroffen haben, mit einer Reisetasche voll Banknotenbündeln. Wenn dann auch 50er und Hunderter dabei sind, ist das schon ein etwas größeres Volumen. Und dann zählt man das natürlich nach und hat so ein bisschen dieses Dagobert-Duck-Feeling dabei. Weil man ja doch einen relativ großen Haufen Bargeld sieht, den man normalerweise so nicht sehen würde. 1,1 Millionen Euro netto. Eine Menge Geld. Und was hat der Steuerfahnder AD davon? Fakt ist, dass mein Vermittler, der Steuerfahnder AD, mit dem hatte ich eine Vereinbarung über 15 Prozent Provision der ausgehandelten Summe. Wenn man das ausrechnet von 1,1 Millionen, dann ergibt der bei 15 Prozent 165.000 Euro. Und die hat der Steuerfahnder AD auch gleich bei der Auszahlung einbehalten. Ich habe mir 10.000 Euro genommen für eben meinen Aufwand, den ich hatte. Auch mit gutem Gewissen habe ich mir die genommen. Ich musste ja doch hin und her fahren und eine ganz lange Zeit mich damit beschäftigen und musste eben einiges machen. Aber es war vorher auch nie Absprache. Also wir haben nie darüber gesprochen, was ich dafür erhalten sollte. Das habe ich mir genommen. Das war klar für ihn. Und damit hatte sich die ganze Angelegenheit auch. Wer sagt die Wahrheit? Sollte es stimmen, was Otte sagt, könnte der ehemalige Steuerfahnder selbst Probleme mit dem Finanzamt bekommen. Es sind nicht nur edle Motive, die Whistleblower antreiben. Doch für die Motive interessieren sich die Finanzminister wenig. Nordrhein-Westfalen hat nun jetzt sehr stark davon Gebrauch gemacht, dass wir diese angebotenen Daten erworben und ausgewertet haben. Wir haben dafür insgesamt 13 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Was die wenigsten wissen ist, der Bund hat sich immer zur Hälfte daran beteiligt, weil er ja auch ungefähr die Hälfte der ausstehenden Steuereinnahmen bekommt. Und Lutz Otte? Für ihn geht Anfang 2012 in Zürich das Leben erstmal normal weiter. Nicht so bei seinem Arbeitgeber. Dort ist inzwischen aufgefallen, dass es wieder ein Datenleck gibt. Aus den Informationen, die ich habe, ist es eigentlich augenscheinlich, dass die ersten Kunden schon im Februar, also gleich nach der Lieferung sozusagen, von den Finanzbehörden angegangen worden sind und sich auch entsprechend bei Julius Baer gemeldet haben. Denn das ist ja kein durchaus normaler Vorgang, wenn das Finanzamt mal so vor der Tür steht. Ein Sturm bricht los. Immer mehr deutsche Kunden melden sich aufgebracht bei Julius Baer. Sie haben nun zu Hause ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung am Hals. Es dauert nicht lange, dann fällt der Verdacht auf Lutz Otte. Ich bin ganz normal ins Büro gefahren, war halb neun dort im Office und wurde dann sehr kurzfristig gebeten, zu einer Besprechung zu kommen beim Chef der IT. Ich wurde gebeten, Platz zu nehmen und als ich dann saß, gingen schon die Türen von allen Seiten auf und es liefen fünf Polizisten und Staatsanwalt rein. Und dann wurden erstmal Handschellen angelegt und dann hat man mir den Haftbefehl in die Hand gedrückt. Der Schweizer Staat schlägt erbarmungslos zu. Der Vorwurf, Bruch des Bankgeheimnisses Geldwäsche und Wirtschaftsspionage. Nach der Verhaftung muss Lutz Otte die Beamten zur Hausdurchsuchung nach Hause begleiten. Seine Frau Anita fällt aus allen Wolken. Im ersten Moment, als es klingelte, ganz normales Klingeln, macht die Tür auf, stand ein fremder Mann vor der Tür und dahinter sah ich den Kopf oder die Figur meines Mannes. Und die sagten, bitte lassen Sie uns herein. Und ich machte das und sah mein Mann den Handschellen, fragte natürlich, was ist los, was ist los. Ich kriegte keine Antwort, mein Mann wurde abgesetzt. Ich durfte kein Wort mit ihm wechseln, ich verstand gar nichts. Und irgendwie nach mehrmaligen Nachfragen habe ich immer noch keine Antwort bekommen. Ich merkte nur, es ist was Schlimmes passiert. Meine Frau war natürlich schockiert, logischerweise, weil sie von all dem überhaupt keine Ahnung oder irgendein Wissen hatte. Und dementsprechend natürlich auch in Panik geraten ist, was da für Dinge ablaufen. Auf einmal sah ich einen Zettel auf den Tisch, sage den Durchsuchungsbefehl mit der Beschuldigung, was sie meinem Mann vorgeworfen haben oder vorwerfen. In dem Moment drehte sich die Welt bei mir im negativen Sinne. Mir wurde übel, ich musste mich aufs Bett legen und ich dachte, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen. Die Staatsanwaltschaft sucht nach Beweisen, vor allem nach den vielen Kundendaten von Julius Bär. Alle Computer und Datenträger im Haus werden beschlagnahmt. Die Durchsuchung dauerte ungefähr anderthalb, zwei Stunden. Und dann nahm ich meinen Mann nochmal kurz in den Arm, das durfte ich. Ich durfte nicht mit ihm sprechen, aber das durfte ich. Und dann habe ich ihn über Monate nicht mehr sehen dürfen. Da war er weg. Lutz Otte sitzt in Zürich in Untersuchungshaft. Und seine Ehefrau fährt erst einmal zur Mutter nach Deutschland. Als ich dann unterwegs war, hatte ich Kontakt mit dem Anwalt meines Mannes. Und dieser sagte mir, dass ich per Haftbefehl gesucht werde. Worauf ich reinschrie, was soll denn dieser Quatsch? Die haben doch meine Handynummer, können mich doch anrufen. Nein, ich werde per Haftbefehl gesucht. Und ich könnte auch jetzt nicht zurückkommen, weil die Wohnung versiegelt ist. Und es werden noch weitere ein oder zwei Hausdurchsuchungen in meiner Abwesenheit stattgefunden. Es ist bezeichnend. Steuerhinterziehung ist in der Schweiz nur eine Ordnungswidrigkeit. Niemand muss deswegen ins Gefängnis. Auf die Verletzung des Bankgeheimnisses hingegen steht Knast. Eine ganz neue Erfahrung für Lutz Otte. Die für mich schockierendste Phase war eigentlich die erste Woche im Polizeigefängnis Zürich. Da herrschen schon sehr seltsame Umstände. Also ich sag mal, in sommerlicher Hitze einmal in der Woche duschen und solche Dinge. Und der Umgang mit den Insassen ist doch relativ ruppig. Und das war der erste wirkliche Kulturschock. Mehr noch. Der Vorwurf der Spionage macht den Fall Otte zu einem hochpolitischen Fall. Jetzt wird es auch für Ortes-Ehefrau Anita ungemütlich. Ich kriegte eine Einladung nach Bern zur Bundesanwaltschaft. Und die Überschrift war, dass ich als Mittäterin in den allen drei ganz schweren Vorwurfspunkten, nämlich Spionage, Verletzung des Betriebsgeheimnisses und der Geldwäsche, verdächtig sei. Das war ein gewisser Freitag, als ich den Brief öffnete. Und am kommenden Dienstag sollte die Vernehmung sein. In dem Moment wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Denn eins stand fest, das ist der Tag, wo ich in die Mühlen der ganzen Justiz gerate. Ich kann das nur sippenhaft nennen, ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Und es ist schon wirklich erstaunlich, dass sowas heute noch möglich ist. Sie haben mich durch die Mühlen getreten. Sie haben mich psychisch dermaßen unter Druck gesetzt. Denn es war ja nicht nur, dass sie mich vernommen haben, sondern in ein, zwei, drei Wochen, ich weiß den Zeitraum nicht, ich müsste in die Akten schauen, wurde auf einmal ganz klar definiert, dass sämtliches Geld oder Konten geschlossen werden, auch die meinigen Konten. Beim Schutz des Bankgeheimnisses geht es für die Schweizer Strafverfolger ans Eingemachte. Da können auch schon mal Unschuldige unter die Räder geraten. Etwa zur selben Zeit in Berlin im Bundesrat. Die Entscheidung zum Steuerabkommen mit der Schweiz steht an. Ohne eine Zustimmung des Bundesrates kann das Abkommen nicht in Kraft treten. Das Problem für den Bundesfinanzminister, seine schwarz-gelbe Bundesregierung hat im Bundesrat keine Mehrheit. Und tatsächlich, die Opposition lässt das Abkommen mit der Schweiz platzen. Eine persönliche Niederlage für Schäuble. Das, was ich heute im Bundesrat gesehen habe, ist meines Erachtens in der Verantwortungswahrnehmung noch steigerungsfähig. Das Ziel der Gegner des Abkommens, sie wollen Steuerbetrüger nicht ungeschoren davon kommen lassen. Es geht um Abschreckung und um viel Geld. Nach diesem Abkommen hätte vieles so weitergehen können wie vorher. Es wäre die Ruhe wieder eingekehrt, die durch CD-Käufe eben in Unordnung gebracht worden ist. Und was danach, durch das Scheitern dieses Abkommens, durch das Auswerten von CDs, an Milliarden an Nachzahlungen gekommen ist, das hätte das Abkommen nie geschafft. Ein deutliches Signal an Steuersünder. Die Schweiz ist nicht mehr sicher. Auch Prominente wie Uli Hoeneß und Alice Schwarzer versuchen durch eine Selbstanzeige der Strafverfolgung zu entgehen. Ja, da haben sie sich etwas verkalkuliert. Ja, die haben damit gerechnet, dass es zum Abschluss kommt und dass darüber eben Klappe zu. Alles ist vergessen und vergeben. Amnestie. Wir müssen ein bisschen was nachzahlen, weil wir damals sonst, ja, im Sinne des Strafgesetzbuches falsch verhalten haben. Aber damit ist die Sache auch erledigt. Und in dem Augenblick, wo klar war, das Ding scheitert am Einspruch der SPD im Bundesrat, war plötzlich Alarm im Hafen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Kapitalerträge im Ausland nicht deklariert. Das Münchner Landgericht verurteilt Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Der Druck auf deutsche Steuersünder in der Schweiz ist auch den Geheimnisverrätern zu verdanken, den Whistleblowern. Auch das Geschäftsmodell der Schweiz gerät so in Gefahr. Wir hätten gerne mit Julius Beer über den Fall Otte gesprochen, doch die Bank lehnt ab. Der Fall Lutz Otte ist aus unserer Sicht mit der Verurteilung abgeschlossen. Und wir möchten dem Urteil nichts mehr hinzufügen. Stattdessen, die Bank weist uns stolz auf ihre neue Weißgeldstrategie hin. So konnten wir bereits 2014 wohl als erste Schweizer Bank vermelden, dass wir keine unversteuerten Gelder mehr aus Deutschland verwalten. Jetzt ist Weißgeldstrategie angesagt. Wir wollen jetzt, wir verpflichten uns nur noch versteuertes, weißes Geld anzunehmen, auch kein kriminelles Geld mehr. Die Schweiz hat hier sehr viel gemacht und ist immer noch dran. Aber wir haben ein Problem mit der Glaubwürdigkeit immer noch, weil uns das Ausland das noch nicht abnimmt. Aber ich kann sagen, wir nehmen das sehr ernst. Aber noch viel wird sich nicht ändern, weil riesige Summen impliziert sind und die menschliche Gier der Bank ist, ein unglaublich aktives Prinzip ist und nicht verschwinden wird. Wird die Schweiz wirklich sauber? Es ist sehr einfach, in der Schweiz Schwarzgeld in Sachwerte zu verschieben. Und zwar mit Bargeld. Das unterliegt keinen gesetzlichen Beschränkungen. Es gibt kaum Kontrollen. Geldwäsche wird nach wie vor leicht gemacht. Zum Beispiel mit Goldmünzen. Lutz Otte zu Besuch bei der Basler Münzmesse. Es ist ein offenes Geheimnis, dass immer mehr Schwarzgeld direkt in Goldbarren oder antike Münzen umgewandelt wird. Manche Gold- und Silbermünzen haben neben dem Materialwert auch einen Seltenheitswert. Das macht sie für Investoren interessant. Die kostet jetzt hier 32.500 Franken. Die können Sie bar bezahlen. Wenn Sie möchten, können Sie auch eine Banküberweisung machen. Und welches Geld ich dabei habe, ist ja gut. Dann ist gut. Genau. Die Schweiz bleibt für Kriminelle attraktiv. Denn dort gibt es keine gesetzlichen Grenzen zum Einkauf mit Bargeld. Anders in Deutschland. Hier müssen alle Beträge über 10.000 Euro bargeldlos per Überweisung beglichen werden. So können Behörden den Geldfluss nachvollziehen. Erst ab 2016 will die Schweiz besondere Regeln für Bargeschäfte über 100.000 Franken einführen. Aber es gibt weitere Schlupflöcher für Reiche. Ihr Schwarzgeld soll in der Schweiz weiterhin sicher sein. So wird der Kunstmarkt zunehmend mit Geld geflutet. Mittlerweile hat er ein Volumen von weltweit 65 Milliarden Euro im Jahr. In den Galerien und den Freihäfen der Schweiz, steuerfreien und exterritorialen Lagerhallen für Wertgegenstände, lagert viel Kunst. Ob die Gemälde und Skulpturen mit sauberem oder schmutzigem Geld bezahlt wurden, hier schaut keiner so genau hin. Neben der Schweiz kümmert sich auch Luxemburg um die entsprechende Klientel. Was aussieht wie ein Gefängnis, ist der modernste Zollfreihafen für Kunstwerke in Europa. Im Freeport Luxemburg gelten nicht die internationalen Meldepflichten, die etwa Banken beachten müssen. Ein Vorteil. Es ist heute selbst in den Schweizer Freihäfen möglich, auch Bargeld sogar dort einzulagern, weil der für jeden einzelnen Kunden zugänglich ist. Und tatsächlich werden also sehr viele Edelmetalle, Kunstgegenstände, Oldtimer, alte Teppiche, Goldmünzen, was auch immer, in diesen Freihäfen heute gelagert. Einerseits, um sie sicher zu lagern, das ist natürlich der eine Punkt. Und zum anderen, um sie dem Zugriff irgendwelcher Kontrollmechanismen so weit wie möglich zu entziehen. September 2014. Stolz präsentieren die Investoren den neuen Freihafen der internationalen Kunstpresse. Der Hauptinvestor des Luxemburger Kunstfreilagers besitzt bereits Freihäfen in der Schweiz und Singapur. Nachdem der Zoll kontrolliert hat, dass keine Drogen oder Waffen eingelagert werden, können hier große Werte ohne lästige Meldepflichten die Besitzer wechseln. Mittendrin Yves Bouvier. Der Schweizer Kunsthändler und Kunstspediteur braucht neuen Platz für die Schätze seiner Kunden. Seine Lager in Genf sind schon viel zu voll. Die Versicherungen der Kunstwerke möchten das Risiko verteilen. Mehrere Lagerplätze sind besser als nur ein einziger. Zur Eröffnung kommt der Geldadel des Großherzogtums, der Luxemburger Finanz- und der Wirtschaftsminister und viele Investmentbanker. Für Yves Bouvier ein großer Erfolg. Wenige Monate später zieht sich der Kunsthändler aus der Geschäftsführung des Freihafens wieder zurück. Ein Gerichtsverfahren läuft gegen ihn. Er soll einen Kunden um Millionen betrogen haben. Doch das Modell Freihafen wird auch ohne ihn funktionieren. Die großen Schwarzgeldmengen, die man ja auch hatte in den Schweizer Banken, die sind heute schon in Investmentfonds und in Offshore-Firmen verschwunden. Und dieses Geld wird dann tatsächlich verwendet, um Produkte zu kaufen, um Kunst zu kaufen, um Gold zu kaufen. Das dann wiederum in den Schweizer Freihäfen eingelagert wird. Für Lutz Otte hält die Geschichte eine besondere Pointe bereit. Eine Einladung aus Brüssel. Über ein Jahr nach seiner Entlassung aus der Haft soll der Whistleblower als Experte für Steuerbetrug vor dem Europaparlament aussagen. Es hat mich am Anfang überrascht, dass die mit Whistleblower sprechen wollen. Aber es ist offensichtlich ein neuer Trend, dass man doch dem Thema mal nachgeht. Und diese ganze Problematik der Steuerhinterziehung, Steuerverkürzung, Steuerumschichtung, was auch immer, als Anlass nimmt, da mal den Finger in die Wunde zu legen. Was für ein Unterschied. Für die Schweiz gilt Lutz Otte als Wirtschaftsspion, verurteilt zu drei Jahren Haft. Doch in Europa wollen sie vom Wissen des Whistleblowers profitieren. Der Whistleblower, das ist der Atem der Demokratie. Wenn der sagt, da geschieht etwas hinter verschlossenen Türen, das ungesetzte ist, dann ist das ein rechtsstaatlich positiver Akt. Das ist der Atem der Demokratie, besonders wenn die Wirtschaftsabläufe so unglaublich intransparent komplex sind wie in der digitalen Wirtschaft heute. Das Ziel ist ja nicht Transparenz, sondern das Ziel ist, dass man den Leuten, die sich unkorrekt verhalten, das Handwerk legen kann. Und da ist wirklich die Frage, je mehr Transparenz, desto besser. Wir denken nicht unbedingt. Man kann auch zu viel Transparenz haben, man kann zu viele Daten haben und dann einfach in dieser Flut nichts mehr finden können. Also es geht um einen Ausgleich, wie viel Transparenz braucht es. Es braucht mehr als früher und die Schweiz ist hier einverstanden. Die Schweiz macht bei diesen globalen Standards mit. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viel macht und dann vor lauten Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Bloß nicht zu viel machen? Wie sauber wird die Schweiz? Ende Mai 2015 wird gemeldet, dass die Schweiz die Namen mutmasslicher Steuerhinterzieher aus der ganzen Welt veröffentlicht. Doch es geht nur um Personen, von denen die Steuerbehörde keine Adresse hat. Und das schon seit fünf Jahren. Viel Aufregung um eine alte Geschichte. Immerhin, der Druck zur Selbstanzeige steigt. Und die deutschen Finanzminister reiben sich die Hände. Es gibt mittlerweile 128.000 Menschen, die sich zwischen 2010 und 2014 selbst gestellt haben. Unabhängig davon, ob sie auf einer CD waren, aber ausgelöst durch die Sorge, durch CDs aufliegen zu können. Und das hat Milliarden, das hat rund fünf Milliarden eingebracht mittlerweile an Nachzahlungen, an Bußgeldern von Banken, an Strafgeldern. Also wenn man es rein als Investition sehen würde, dann gibt es, glaube ich, wenige Investitionen, die so eine Rendite haben. Fünf Milliarden. Für den deutschen Fiskus ein gutes Geschäft. Aber für Lutz Otte und seine Frau? Die Enthüllung hat das Leben des Ehepaars grundlegend verändert. Ich hatte nichts damit zu tun, aber ich wurde sozusagen vorgeführt, um meinem Mann eine schwache Position aufzudrücken. Das eine ist seine Tat, die muss bestraft werden, aber alles drumherum ist eine politisch unterstützte Aktion gewesen. Lutz Otte hat anderthalb Jahre im Gefängnis gesessen. Er ist im Moment ohne Arbeit und ohne Aussicht jemals wieder für eine Bank arbeiten zu können. Insgesamt ist es natürlich so, dass man so erstmal für sich selber merkt, was Freiheit eigentlich bedeutet. Ich habe dem Begriff früher eine viel geringere und auch gar nicht so eine wesentliche Bedeutung beigemessen. Das ist heute anders. Heute sehe ich den Begriff Freiheit schon als viel, viel elementarer als viele andere Dinge, die ich früher für wichtiger gehalten habe. Und die Schweiz? Sie hat angekündigt, ab 2018 automatisch Steuerdaten mit der EU auszutauschen. De facto das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses. Lutz Otte hat zu dieser Entwicklung seinen eigenen Beitrag geleistet. Beifall bei dem Zими aus Ihrem